Kinderriege hat es eingepackt, du musst den Scheiß hier essen. Mann, nervt mich. Kalt, doofe Ecke hier ausgesucht. Da vorne sollte es schon stehen, wenn man einen schönen Blick hat, drauf auf den See und auf den Steg. Ach, ich fahre hier vorne hin. Und sehe gar nichts. Nicht mehr in den Hals verrenken. Und sehe nichts. Netz hat man hier auch nicht. Ach. Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 16. Oktober 2015. Und es regnet. Es regnet immer noch. Seit drei Tagen oder so. Ich weiß nicht. Gefühlt seit einer Woche. Es ist zum Kotzen. Ich habe auch so ein bisschen auf den goldenen Oktober gehofft. Vielleicht hört es heute Nachmittag mal auf. Die Hunde sind auch total frustriert. Den halte ich den ganzen Tag nur auf der Couch und pennen. Guck, ich weiß auch nichts mit sich anzufangen. Regen, Regen, Regen. Es hört nicht mehr auf zu regnen. Ist hier nass und kalt? Ja. Na, es ist kalt raus. Aber die Schöne ist ja, so bescheid sein, wenn sie raus müssen. Dann lässt man sie raus bei dem Wetter. Da erledigen sie alles ganz schnell und wollen auch sofort wieder rein. Ich glaube, ich habe es schon mal durchgegangen. Ich will den nicht. Aber ich glaube, ich habe es schon. Doch, ich habe ja vorhin auch schon kommen. Und da freue ich auch schon durchgegangen. Naja. So, aufhört es zu regnen. Wir haben beschlossen, dass die Wunder noch mal raus müssen und wir auch noch mal in die frische Luft müssen. Fahren wir jetzt also noch mal raus. In der U-Kam-Marke sind manche Straßen schlechter als dieser Weg. Das ist also der Kölpinsee. Hier sind wir als Kind immer von der Schule her, wenn wir Schwimmunterricht hatten und so. Und unsere Schwimmstufen abgelegt haben. Früher hieß es bei uns, glaube ich, noch nicht Seepferdchen. Also zu Ost-Zeiten jedenfalls nicht. Ich weiß gar nicht, ob das einen bestimmten Namen hatte. Ich glaube, das hatte nur Schwimmstufe 1 und 2 und so weiter. Und auch so war das ein beliebter oder ist das immer noch ein beliebter Badesee hier rund um Milmersdorf. Ja, springen rin, Cookie. Ja, du geh mal bahn. Du kannst einen in den Wasser. Die Wunder haben wir jetzt mal einen Platz abgenommen hier. Nee, du musst nicht immer hoch springen, wenn du ankommst. Du musst mir nicht anstupsen, ich sehe, dass du kommst. Ja, du musst mir nicht anstupsen, ich sehe, dass du kommst. Und dann klemmt der meistens irgendwie immer noch so komisch zwischen Sitz und Säule. Wo hast du die Akkus? Da. Denn ich denke mal, dass bei dir dieselben Akkus drin sind. Wenn du mit mir tauschen, dann passt es auf alle Fälle. Gute ist nämlich an dem Bildschirm, den ich bei mir am Videoreg noch dran habe. Ja. Da kommen dieselben Akkus ran wie die Kameras. Deswegen habe ich... So viele. Aber das ist viele, vier Stück habe ich. Eben für die Kamera, eben für den Bildschirm und zwei Ersatz halt. Kann ich dir gerne mehr sein eigentlich, aber die kosten ja auch ein bisschen. Ja, wenn die Original Akkus nimmst du ja. Ja, die Originalen kosten. Ich habe ja zwei Originale und zwei Arme. Ich habe ja gerade mal so ein bisschen schon geguckt. Steht ja dann aber da für welche Kamera. LPE6N. Und da habe ich welche, zwei für 30 Euro. Na, ich weiß es nicht, Monik, ich will es nicht riskieren. Nee, das ist nicht. Also bei meinen ist LPE6 und bei deiner ist LPE6N. Blinkende GPS-Fälle hier sogar. War das anders. Bist du dumm an? Nee, habe ich das angemacht, ja. Nee, die Kamera ist aus. Aber die GPS-Ding blinkt hier. Kann sein, dass der anbleibt. Das weiß ich jetzt die Umfahrt statt in unter Beschreibung mag. Die mussten ausmachen, was du schon. Ich wollte sagen, ausmachen kannst du das aber auch noch. Ja, ja, musst du anmachen und unter Menü kannst du das instellen. Da musst du umfahrt mit GPS stehen. Ach nee, so viel würde das kosten. Lass die da an. Und jetzt fahren wir hier Richtung Fergitz. Ähm, und da kommt später nochmal ein schöner Ausguck oder Schaumetzel. Und mein Bild da ist. Die da zeigen, wie man es hört. Er geht es nicht weiter zu Hause. Und dann geht es nicht weiter. Ja, ich...! Und jetzt denkst du, du kannst weiterfahren, ja? Ja, stimmt. Da ist jeder Fluss. Das ist ein Gutshaus wie Sonne, oder? Der Verwalter, eigentlich. Da waren eigentlich die ganzen Angestellten untergebracht vom Schloss. So hat das oben am Rad hier. Und das Schloss steht aber nicht mehr. Das Schloss ist abgebrannt. Da siehst du nur ein paar Grundmauern. Ein bisschen Treppe ist noch. Dann wurde mal ein Gebäude errichtet da drauf. Und das hatten sie aber so für Tanzveranstaltungen. Und so VVI-Gutzeug jetzt mal so hat, von MTS. Aber das war ja da. Die fahren ja da auf dem Gelände. Kannst du hier und wo annehmen? Ja. Das Wetter spielt leider nicht in unsere Karten, aber... Trotzdem ist es aber echt ein schöner Blick hier. Das ist schön oder ist das schön? Was eine schöne Landschaft hier dabei ist. Ehrlich. Man muss sich immer wieder feststellen. Und dann ziehe ich wieder hierher. Kurzer Zwischenstopf. Wir fahren eine ganz andere Strecke als wir eigentlich wollten. Genau das ist egal. Hier sind wir bei dem Ort Wüstekirche. Ich wollte euch nur erstmal diesen riesen Findchen zeigen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht rauf krabbeln, weil ich garantiert runter fliegen möchte. Und jetzt gehen wir mal zur Wüstenkirche oder zur ehemaligen Kirche, sagen wir mal so. Ich kann jetzt gar nicht zur Geschichte sehen. Mone, weißt du irgendwas? Hier ist hier vorne. Ja, der hat gerade gefilmt. Ich habe jetzt aber nicht gelesen. Aber erzählen kann ich jetzt auch nichts. Ich weiß nur, dass ich hier mal einen Geocache gefunden habe. Geocache. Ich finde es faszinierend, wie wir früher mit einfachsten Mitteln, also heute steht ein Kran zur Verfügung und alles mögliche an Maschinen. Aber früher mit einfachsten Mitteln schon solche Gebäude gebaut haben. Und wie man sieht, das ist ja schon hoch. War wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher. Extrem dicke Wände. Die ganzen Feldsteine, die mussten alle hochgeschleppt werden. Faszinierend. Kras. Guck mal. Eine Weinwerb schnecke. Ich habe schon Ewigen gesehen. Sieht man selten. Sehr selten. Richard Betatsch wahrscheinlich. Rittergutsbesitzer und Amtsvorsteher. 28.01.1869 bis 11.12.31. Rittergutsbesitzer. Irgendwie finde ich das einen sehr faszinierenden Ort. Die alte Kirchenruine, die Bäume hier vor. Hat irgendwie was sehr schön. Hast du die Strausen fotografiert? Ja. Ne, da hinten ist nämlich eine Straußenfarm. Kannst du Straußenfleisch kaufen, Straußeneier und Wurst. Die ganze Strauße, lebende Strauße leider nicht, weil wer das einzige, was ich kaufen könnte. Aber was liegt mit einem großen Strauß? Die kannst du wahrscheinlich auch nicht abrichten. Stell dir vor, du hast einen großen Strauß und kannst ihn abrichten. So dass er auf Befehl mit seiner dicken Klaue... Ein Kampfstrauß. Ach man. Um zu faul ihr Bier mitzunehmen. Ich meine, das gibt auch Geld. Okay. Dann lassen wir eine scheiß Liga hier rumstehen. Oh ne? Wir müssen nachher Müll mit runter nehmen. Aber muss denn es sein? Verstehe ich nicht so, ne? Um, oder? Ich muss nur nachher Müll mit runter nehmen. Und dann. Chiffale. Junger. Wie旅 war. Ich war dabei. tampoco das nem respürte. Wir sind auch immer ganz, was ich. Und dann. Teigere ich fangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020